hallo ich meine lieben freunde und willkommen zurück zu trialsfusion mit Tadon Mr Vika Vika wohl ich bin jetzt vier mittlere strecken und eine schwere was war was was war das gerade hallo ich halloch 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 was ist denn ein halloch oh mein gott ich weiß nicht was du verstehst du das niveau schon in den ersten in den ersten fünf sekunden auf null als Arnie angefangen hat die Leute zu begrüßen meinst du das so ja ich hab die mucke aus ja eigentlich so scheiße ich war eigentlich immer meine eigene mucke dabei und schon wieder gecrasht was ich gerade nicht habe und schon wieder gecrasht die erinnert mich so ein bisschen an Plattform industriezeitalter aber nicht Blattbord oh man komm jetzt alle gescheit hoch man what the fuck alter für den Rand zieh kann man auf unten lang ne nein bin ich ja eine Idiote oder? das ist eine mittlere strecke ne hab ich doch schon mal gesagt dass das Spiel scheiße ist ne macht ihr die Glocke die ganze Zeit? ne ne ja ich hab meine Hose offen ne ja ich hab meine Hose offen ne ja jetzt eigentlich gesagt Bader seine Freundin ist bei mir und die ne ist ja auch egal achhhha da ist deina Mama von ja die sick die Beine die Alter jetzt komm sah mal wie bei Scary Booby bei den so Exorcisten Szenen oder kennst du das wo die ihr Kinder? Neine Mama ist sie hier scheiße Diggler auch Mutter so Mutter komm da raus ja真的 die muss ich mir auch nochmal angucken ey ja die sind wirklich dumm Diese typischen Ami-Fellows, die noch alles lustig machen, alles mit Penis und Fick. Wo die eine sich mit der Katze rascht. Wo die eine sich mit der Katze rascht. Wo die? Das ist auch nicht schlecht. Wo die sagste? Wo die? Wo die Woodpecker? Hier Junge. Oh shit. Oh oh. Hast du 45 Sekunden eingestellt? Ja, ist immer schon. Ja okay, ist nicht Standard, aber das haben wir mal von... Keine Ahnung wann gemacht. Ganz am Anfang haben wir das gemacht. Ja. Nach ein paar Folgen. Ja, Alter. Unentschieden. Hast du so viele Fehlerpunkte gemacht? Ich hab Style und das Geld. Hast du das? Ja, immer. War das so Mutig so gefällt? Ich bin sowas von schnickreich. Das ist doch keine Community-Strecken. Das ist alles Community-Strecken, Mann. Wirklich? Na ja. Fuck mich doch nicht jedes Mal. Die kriegen die das eigentlich alles hin mit den ganzen Texturen. Ich glaube nicht, dass die das von Haus aus alles haben, oder? Oder programmieren die sich das da zum Teil selber? Nein. Das meiste ist... Gibt's Betrides. Gibt's im Spiel drinnen. Okay. Und auch die DLCs, weißt du? Da kann man das... Aber jetzt wenn da so ein... Über diese einen Strecke, wo der Hai aus dem Wasser springt... So was auch... Ja, zwei war irgendwie auch. Ja, das haben die wahrscheinlich selber gemacht. Boah. Alter. Da kann man ja mit Sicherheit auch skripten, oder sowas, ne? Ja, anders geht's ja nicht. Ah, nice. Du musst sowas skripten. Ja, weiß der Teufel, ob's da so ein Tool gibt, das das für dich übernimmt quasi in dem Sinne. Dass du einfach nur von A nach B ziehen musst und dann läuft das da her, oder whatever du da haben willst, ne? Alter, was ist das für eine behinderte Scheiße mit diesem verfickten Baumstamm hier? Der soll sich mal den Arsch ficken, Alter. Reicht's mir, langsam. Oh, Baumstamm. Kann ich schon. Na, geht doch. Ja, jetzt nach 500 Versuchen macht dieser Wichser das natürlich, ne? Hast du Lust, Vater? Das ist ja schwer, oder wie? Oh ja, das... Ich seh schon. Oh, fuck! Ich war am Sack, ey. Am Yarak? Am Sack, nicht am Yarak. Yarak ist erschärft, mein Freund. Ja, warte hin. Scheiße. Was ist da los, Alter? Ist das schwer, oder was? Ja, du bist jetzt auch noch da, du Affe. Ja, ich weiß. Ich weiß auch noch was, was danach kommt. Noch mehr behinderte, ne? Mane! Obse, wir fahren jetzt die ganzen... schönen, naturbelassenen Länder hier und verpisten die mit unseren Scheiß-Kack-Motorrädern, Alter. Fick dich doch. Jetzt drück dich doch hoch! Nein! Ich komm das Ding da nicht hoch, ne? Ja, solche Dinger, weiß ich nicht. Die kann ich überhaupt nicht. Yes! Oh, was war das denn? Wie fies war das? Ich hab schon, Alter, immer noch Fehler, 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 ich brauch die 20. Ich brauch die 20. Du kriegst die 20 erst, wenn er zwei Fehler macht. Ja, stimmt. Immer nur unbescheid. Yes! Ja, kriegen wir gleich viele Punkte. Ich krieg zwei mehr, weil ich eher am Ziel war. Ich bin auch am Ziel! Was weiß ich? Ich war eher am Ziel. Ich krieg zwei Punkte mehr. Ja, 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 ist okay, ist okay, ist okay. Er rudert. Ich hab People leider nicht zugehoben. Er rudert. Du liegst bei mir nur da. Ja, ja, er rudert. Ey, weil das hier, ganz ehrlich, behindert ist. Lieben Gruß an den Creator von dieser Strecke, die ist behindert. Da wird geklatscht. Oh! Der Vibration an. Und die HG ist 3. Is 3. 3! Assi, Alter. Quadras Quadri! Ach, ja. Watt, ihr habt die Donkey genommen. Kennt ihr in AEWO? Mann, Alter. Wir müssen noch mal starten. Ich hab die Donkey genommen. Jo. Mh. Warte, kein Wunschschied bei dir. Was? Aber wenn du jetzt noch mal so frech wirst, ne, dann erzähl ich allen, dass du Dark Souls 3 nicht alleine durchgespielt hast. Man kann nicht alles können, aber Dark Souls gar nicht. Ach, fick dich doch, Alter. Was ist das denn für eine K... Ah, scheiße! Ja, was ist das? Kuhnstrecke? Ey, ganz ehrlich, ich geh mir gleich irgendwie... was ich nicht... was zu essen bestellen oder so. Glehe was zu essen bestellen? Ja, dann könnt ihr in der Zeit die Strecke zu Ende fahren, ich tu mir den Stress aber wenn ich an jetzt, ne. Ein behinderter Müll, ey. Ach, Ficku. Ey, komm, wer macht denn so eine behinderte Scheiße? Die Leute wissen doch, ey, Anni, du guckst die Strecken vorher an und weißt, dass da solche Schrägen drin sind. Nein, ich weiß es nicht. Ja, erzähl mir doch gar nicht. Er sucht die extra raus, wenn die Piper schön am Ragen ist. Ja, natürlich. Anni ist doch ein richtiger Marketing-Fuzzi da. Der weiß nämlich genau, was die Leute da sehen wollen. Ja, ja. Ja, warte, Werbung, Image, Wörter, Marketing. Das geht alles zum Marketing, ja. Der Ball hat keine Ahnung gesehen. Ach, komm, Alter, ganz ehrlich, ich komme da nicht hoch. Fick dich, Alter, fick dich und dein Leben, ey. Nee, das geht nicht, der kommt da nicht hoch. Das Motorrad ist kaputt, keine Ahnung. Warum fährt der auch nicht rechts aus, rechts drumherum oder so? Ja, du hast die Kind. Dieser Jaguar, Alter. Halt's den Maul. Loll. Der ist gecrusht, bin ich mal besiegt. Du bist ein Idiot. Alter, nice. Das habe ich jetzt auf Kamera gehabt. Oh, den sei... Ja, ganz ehrlich, warum fährt der nicht links außen rum oder so? Das wäre auch gut. Ach, komm, fick dich, du einen Arsch. Was machst du denn da? Ja, der kann nicht fahren, dieser Idiot. Der soll einen Lappen abgeben. Guck mal. Der soll einen Lappen abgeben, ohne Scheiße. Ich finde es trotzdem geil, dass du das immer wieder mitspielst, ey. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue, ey. Ich scheine wohl echt keine Freunde oder Tagesfreizeit zu haben, ey. Ich nehme mal zu viel Tagesfreizeit. Ja, doch, Tagesfreizeit hat auch ja zu viel. Ja, genau, Motorrad in den Sack, ey. Du hast es verdient, du. Uwe, Bock, ey. Alter, scheiße. Alter, Jagon, ey. Kommt der schon eine schwere Strecke? Da ist ja die Mittel. Ja, eine will kommen noch. Du brauchst ja den X-Supercross, geil. Red Line Races. Ach. Das geht, ey. Ungelogen, Alter. Irgendwann muss man einen verprügeln. Die ganze... Die ganze Aggression hier raus. rauszulassen von diesem Scheiß-Spiel, ey. Alter, fick dich. Fahr da jetzt hoch. Oh. Oh, shit. Ja, genau. Fahr wieder ganz bis zum Rund von runter, ey. Wurr, kenn du. Oh, shit. Wo fangt man denn bitte an? Ich hab, ich hab, ich hab keinen Bock mehr. Hä? Ach so, ja, warte mal. Mach einfach so. Zack. Alter, schon wieder so eine schräge Scheiße, ne? Hab dir das gesehen? Habt ihr das gesehen? Kommt da nicht hoch. Kommt da nicht hoch. Wuhu. Was ist das denn? Keiner Move, Alter. Mann. Ich hasse so eine schräge Scheiße. Ja, ich auch. Was soll ich denn sagen? Gib Gas, Motorrad. Ey, ich glaub, ich bleib gleich hier stehen, ey. Das darf ich jetzt nicht verkacken, ey. Sonst... Ich will nicht gewinnen. Ja, dann lass ihn doch nicht gewinnen. Dabei. Alter. Muss ich ja auf die Rampe über mir jumpen, oder was? Yes. Oh, nein. Spring auf die Rampe. Anja, doch an, ey. Ja. Oh, er soll seine Mom ficken, Alter. Was? Sorry, aber. Wer, ich? Nein, er hier. Achso. Ruderli. Du verkackst doch nicht die ganze Zeit hier. Oh, wenigstens Ziel geschafft. Scheiße. Ja, feier. Aber trotzdem 20 Bomb, ey. Ey, du hast keine 20 Bomb. Du musst null Fehler haben für 20 Bomb, oder? Nein, ich muss einfach nur weniger Fehler haben als du. Ja, bescheißen ist er. Es gibt 10. Ja, da ich da die kurzen Sitze. Ui. Ui. Der Typ ist so ein Lappen, ey. Das ist schon nach so einer kleinen Berührung am Boden. Der hat sich gerade das Lappen bezeichnet, oder? Der Typ ist der Lappen, nicht ich. Ja, ja. Ja, ich würde ja nicht sofort runterfallen. Ich würde mich daran festketten. Guckt, wenn die Bomb Junge. Boom! Ja. Es gibt da zumindest mal eine schwere, die wir jetzt beide verkacken werden. Scheiße, und da verkack ich sowieso wieder, ey. Ja, ich, ne, ich verkacke da. Wenn ich jetzt null Fehlerpunkte mache. Und zwar bei einem Jump werde ich wahrscheinlich verkacken. Wenn ich jetzt null Fehlerpunkte mache. Dann lass sie gewonnen. Die beiden 1.000 Euro. Ohohoho. 100. Ich hab einfach am Start stehen, aber ich auch keine Fehler. Nein, mach auch nicht. Alter Hurenbock, ey, jetzt fahr doch hoch. Stimmt ja mit dir nicht. Ne, ich will da nicht hoch, ich hab Angst. Über diese Aztekenwege, man. Das Spiel ist scheiße, Alter. Hab ich das schon mal gesagt, ne? Oh! Oh. So ist der Drecksack schon mal so weit vorne. Scheiße. Oh nein, ist das wirklich? Ja, die schweren Strecken, die guckt er sich vorher an, damit er weiß, wo er gegen nicht gewinnen kann. Scheiße, ich Idiot. Ey, komm da nicht hoch, ne? Du alter Drecksack, ey. Du Hurenbock, schaffst du das? Geh doch. Weil ich schon drei Versuche hierfür gebraucht habe. Fahr, Junge! Ah, fick dich doch. Komm, Schatzi! Schaffst du das, oder was? Scheiße, ja, das war's. Alter, das ist doch niemals eine schwere Strecke hier, die ist mittel. Ja, dann würdest du die auch schneller schaffen, wenn die nicht schwer wäre, oder? Boah! Ich will nicht zu viel Gas geben jetzt hier, damit du das machen kannst. Ja, die war nicht schwer, gar keinen Fall. 20-Bomb, Junge. Boah, kannst du auch zurückhaben? Ja, fick dich doch, Alter. Shit. Hui! Sache war richtig geil, Alter. Reaching to the stars, oder for the stars. Erstmal da hinlegen, hier. Guck mal, der Ruder ist so lustig. Und sein Abend. Wie auch nicht schlecht. Juhu! Alter, dieses Drecksspiel, ey. Irgendwann reinstallier ich das. Ich wär mal für eine extreme Strecke, Arno, nächste Runde. Ja, viel Spaß. Dann müssen wir ja die ohne Pieper machen. Ich guck euch dann zu. Okay. Das war's wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao! Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Peace! Peace! Tschüss.